So, ich kann das Video leider nicht schneiden, deswegen wird das ein One-Take. Kommt euch das bekannt vor hier? Na, mein altes Zimmer, ich bin in Bremen, falls es einige von euch nicht mitbekommen haben. Meine Familie hier besuchen und ein bisschen feiern Ostern, weißt du, russische Familie mit 40 Leuten, Leuten, die du gar nicht kennst. Das ist die typische russische Feier. Und die du damit genug Alkohol kennenlernst, ja, 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 blöde Vorurteile, meine Freundin ist auch da. So, folgendes Problem habe ich. Ähm, ich war gestern, habe ich bis 3 Uhr nachts aufgenommen, um für euch Videos zu liefern. Ich habe die Videos vergessen mitzunehmen. Ui, ne, das passiert halt, wenn man die Nacht durchmacht. Ich habe auch wenig geschlafen. Ich dachte, ich habe sie auf die Festplatte kopiert, aber das habe ich nicht getan. Deswegen habe ich gerade die Schwester meiner Freundin beauftragt, an meinen Rechner zu gehen, diese Parts dann hochzuladen. Das Problem ist jetzt aber, dass der Rechner wahrscheinlich irgendwann in den Standby-Modus geht und die Videos nicht hochlädt. Oder er bleibt so lange online, bis das Video hochgeladen ist und dann merkt der PC, hey, jetzt muss ich ausgehen. Das weiß ich leider nicht. Deswegen, ähm, wenn da jetzt heute nichts kommt, dann ist das fehlgeschlagen. Tut mir leid nochmal dafür. Ich kann das Video jetzt auch hier nicht schneiden, weil ich auch hier nichts, äh, keine, keine, kein Adobe Premiere habe und sonst was. Und, ähm, deswegen kann ich auch kein Holiday machen. Morgen kommt auch kein Holiday. Ich werde Montag wieder da sein und dann werde ich den Holiday einfach mal Dienstag oder so machen, hey. Dann werde ich voll zum Mr. Trashback. Könntest du schon mal aufhören, hier rein zu husten? Möchtest du wichtig? Machst du auch wichtig? Möchtest du wichtig? Oh Gott. Ein Vlog ohne zu... Schlechte Witze. Okay. Ähm, ja, das ist so ein richtiger Oldschool-Vlog hier. Das... Kennt ihr das hier? Kommt es euch bekannt für? Hach. Ähm, ich halte die Kamera jetzt auch selber, weil ich kein Stativ mit habe. Und deswegen, ja, ich wünsche euch aber trotzdem frohe Ostertage. Dann machen wir Dienstag halt ein Holiday. Und dann ist der nächste Holiday, das Warten, kürzer und jetzt länger. Also ist es eigentlich das Gleiche. So, ich hoffe, ihr feiert schön. Ähm, und, äh, ja, habe ich noch was zu sagen? Varro kommt aber. Das liegt daran, dass ich das, ähm, dass wir das schon vor, vor Jahren aufgenommen haben. Ne, vor ein paar Tagen. Und ich habe das jetzt schon alles gerendert und alles auf geplant gestellt. Denkt jetzt nicht, ich mache nur noch Varro-Let's Plays. Ähm, also von Minecraft. Keine Sorge, es ist nur schiefgelaufen ein wenig. Ah, das tut mir sehr leid. Naja, lassen wir uns überraschen, weil ich habe noch ein richtig geiles Horrorspiel aufgenommen. Und, äh, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Und dann habe ich ihr gerade eins hochgeladen. Ich dachte, ich habe es mitgenommen. Aber es war nur ein 1,5-Minuten-Part. Wo irgendwie eine Katzchen gezeigt wird. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, ey. Das ist voll krank, wenn man nicht ausschläft. Gut. Genug gelabert. Äh, hier, guck mal. Hehe. Noch mal nach draußen gucken. Hey. Und. Meine Mutter sagt mir gerade, dass das Internet da ist. Und jetzt flüchtet sie schnell. Oh. Internet ist da. Hier ist, spinnt auch das Internet. Deswegen kann ich jetzt auch... Oh, verrückt. 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 Naja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.